Hallo zusammen zu einer weiteren Produktvorstellung und zwar der Koffer mit 60 Döschen. Dieser Koffer ist ein Ticken größer als in einer Vierblatt, ein ganz kleines bisschen breiter, dafür aber auch ein bisschen schmäler. Dieser Koffer kommt in verschiedensten Varianten. Der Reißverschluss hier ändert sich. Der hier ist zum Beispiel lila, den gibt es noch in blau, den gibt es in grün, den gibt es in rot, in pink, schwarz, orange und ich glaube gelb, bin mir da nicht sicher, aber es gibt in den verschiedensten Farben, wer im Lila jetzt zum Beispiel mehr zugefällt und das ist der Inhalt. Einerseits fallen hier natürlich die vielen Vierlöschen auf. Was ich aber interessanter finde, ist diese Halterung. Man kann zum Beispiel, da dieser Koffer ja relativ handlich ist, ein paar Schalen mitnehmen, vielleicht noch ein paar Stifte, hoppala, Stifte. Man muss natürlich noch aufpassen, dass sie nicht so wie ich das gerade gemacht habe, übernannt liegen, damit das Ganze noch zugeht. So, kann den dann zumachen, sein Painting einrollen und das ganze Stück einfach mitnehmen. Der Koffer selbst wirkt relativ hochwertig, er ist auch recht hart, also da passiert nicht einfach mal so eben was. Ich glaube, damit der kaputt geht, da muss man den schon absichtlich irgendwo dagegen schmeißen und das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Was sehr, sehr positiv ist, beim ersten Blick rein, hier ist überall Schaumstoff. Ja, wie ihr hier seht, die Döschen, Röhrchen, die Behältnisse stehen hier in ausgehöltem Schaumstoff drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also 60. Wunderbar für eigentlich jedes Painting der Welt. Denn es gibt kaum Paintings, außer natürlich die Diamond Painting Deutschlandbilder, die über 50 Farben haben. Das ist sehr, sehr, sehr selten, dass ein Bild grundsätzlich mal 50 Farben hat. Die meisten Bilder, die ich habe, sind so in den 30er Bereich, manchmal 35, selten über 35. Wie ihr hier seht, Schaumstoff, der ist auch recht. Also wer geht von oben bis unten durch, das ist nicht einfach nur so, dass das ein Stück weit ausgehöhlt ist oder so. Oder dass er dann vielleicht hohl ist. Nö, nö, nö. Ich traue mich, das jetzt komplett umzudrehen. Hier, na, ihr seht das, geht komplett durch. Und auch hier, es ist, ich versuche hier dagegen zu drücken von unten, es ist wirklich stabiles Material. So, selbst wenn jetzt hier eben durch die Menge der Döschen oder der Behälter nicht so viel reinpassen sollte, wenn wir doch recht klein ausschauen, wie gesagt, die meisten Bilder haben so 35 Farben, kann man zum Beispiel sagen 154, 310, 310, 310, 310, 310, 415. Nur als Beispiel, dass man eben die eine Farbe in vier oder fünf Döschen reinpackt oder dass man eventuell diese, ja, diese Mehrfarben einfach unten irgendwo dazu setzt. Ich habe noch ein paar 5200, genau vier Tüten. Mehr habe ich davon nicht. Zum Überprüfen, wie viel hier reinpasst, wird es aber definitiv reichen. Jetzt brauche ich nur noch eine Schere. Vier Tüten 5200 sind leer. Ist ja eigentlich egal. Ich nehme mal das. Sie haben Schraubverschluss, der auch recht stabil wirkt. Ich denke aber nicht, dass man die zuschrauben muss, als wenn man ein Grückenglas zumacht. Also man muss sie nicht unbedingt überdrehen mit aller Gewalt. Dann gucken wir mal. Hat ein bisschen gedauert, denn wie man sieht, sind sie statisch. Aber es sind vier Tüten. Da passt noch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei rein. Also 1.000, 1.200. Durch den Schraubverschluss kann es nicht passieren, dass sie abhauen. Nur Statik ist gerade eine Katastrophe. Ja, Gott. Es geht aber darum, wie viel hier reinpassen. Ich finde 1.200, das ist eine ordentliche Menge. Das ist für die Größe doch schon sehr ordentlich. Wie gesagt, es ist stabil. Die Deckel selbst. Ich höre vom Schrauben her. Es ist nichts. Es lassen sich leicht schrauben. Ich kenne da andere Deckel, wo du erst mal 15 Runden gegenschraubst, damit du endlich mal spürst, wann der Punkt kommt, wo du es endlich mal zuschrauben kannst. Ich glaube, wir alle kennen das. Und hier. Passt. Huh. Passt. Passt. Und na, wenn sie zu sind, dann spürt man sofort. man muss sie wirklich nicht überdrehen. Also ich denke, wer Diamond Painting als professionelleres Hobby haben möchte und sie sagt, wenn ich mir Bilder hole, dann möchte ich sie sauber, ordentlich und übersichtlich einsortiert haben, der ist mit diesem Koffer eigentlich mit einem schon bedient. Natürlich, wenn man sich bei Diamond Painting Deutschland Bilder holt, die bei Diamond Painting Deutschland produziert wurden, dann kommt es halt schon mal vor, dass man 75 Farben oder so hat oder noch mehr. Aber für die Standard-Paintings, sag ich mal, oder wer nur Diamond Painting Deutschland Bilder haben möchte, oder man holt sich halt noch einen zweiten Koffer oder drei, vier, man diese Josephine Wall Bilder, was ich da halt praktisch finde, gut, das ist Ansichtssache natürlich, aber man holt sich einen Koffer mit lilanem Rand für lilaner Steine, man holt sich einen Koffer mit rotem Rand für rötliche Steine, man holt sich einen mit grünem Rand für grünliche Steine, etc. So hätte man das auch schon mal kategorisch sortiert und ja, wer grundsätzlich die Bilder auch mit mehreren Farben, mit über 60 eben professioneller einordnen möchte, für den sind diese Koffer auf jeden Fall eine super Sache. Also ich werde den probieren. Ich, mein erster Eindruck ist ein Knaller. Ja. Ich werde den probieren. Ich habe hier auch noch ein Painting, welches ansortiert werden möchte. Dann kann ich da ganz genau sagen, wie viel reinpasst. Aber so, der Zipp macht einen super Eindruck. Der Griff macht einen guten Eindruck. Er ist auch nicht zu schwer, aber halt schwer genug, dass man merkt, okay, das, was ich hier hinten halte, ist wertig. Der Griff hier, auch der gefällt mir ganz gut. Also, ich werde ihn wahrscheinlich jetzt nicht spazieren tragen, aber es gibt Leute, die ihre Daumenpendings zu Besuch mitnehmen, in den Urlaub und was kompakteres mit 60 Behältern wird es wahrscheinlich nicht geben. Was so gut geschützt ist. Also, mein erster Eindruck ist begeistert. Ich bedanke mich für das Zugucken. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.